hallo liebe leute und willkommen zurück zu einer weiteren let's play folge mit unserem paladin ja in der letzten folge haben ein paar aufgaben erledigt und die geben wir jetzt mal ab beim leugnant ja klar kannst du uns helfen so sprecht mit hier müssen auch noch hier unseren forstmeister haben auch noch zwei aufgaben abzugeben für die allianz sehr schön hier gibt es nichts mehr dann gucken wir mal noch mal auf fliegen als erstes zur troll saison hier geht es auch noch eine aufgabe ich freue mich freund das licht sehr sehr schön so wo sind die machen wir die erst mal das müssen wir machen flammen hüter das mann und drachenschilder töten 12 ich hänge fest der baum so dicht bewachsen ich hänge fest mal gucken ach die müssen wir angreifen ok oder das sieht schön idyllisch aus dann machen wir mal ein foto von und sehr schön so und jetzt greifen mal sagen dem ein schönes foto gemacht haben können wir sie jetzt auch angreifen das heißt finde ich sogar noch besser seit ihr überhaupt dass die wir angreifen müssen kommt man ja kommt man nur zusammen zusammen seid ihr glücklich ruhig die bisschen feuer sind die ersten tote klub die zählen und was ist denn los hier ich brauche ein ziel habe ich nur ein von den getötet die brauchen wir und da kommen wir hier du kannst auch noch kommen so dass ich dann noch mal wenn du dich drehst 8 verschnüsternd so könnte man ja auch mal ein foto machen ich bin außer reichweite zack haben wir den brauchen wir nicht brauchen wir auch nicht einmal kurz hier lang dem raum den brauchen wir dann gehen wir hier lang den nach oben brauchen wir auch sehr schön kommt damit du darfst auch auch kommen und du auch zack das dann gleich mal ein zack so mal kommen ich brauche sehr schön brauchen wir noch sechs von denen das wieder einer zwei zeigt man zeigt man zeigt man ich muss sich die kleines rote klima von euch und ja das passt jetzt kann man so töten Danke für eure Mithilfe. Zack. So, dann kommen wir hier. Du bist tot. Wir brauchen noch ein, zwei Talismäne. Ich glaube, das haben diese Schildmeide, wie ich sie jetzt nennen würde. Weiß ich, dann können ja nur die haben. Na komm, dann ziehen wir euch mal ein bisschen zusammen. Du hast auch mal bekommen, du auch. Das ist zu weit entfernt. Ich wohne auch noch mal zurück. Ich bin außer Reichweite. Steht nicht im Feuer. Zack. So, gucken wir, wie Talismäne dabei sind. Einer. Na komm. Jetzt sehen wir euch mal wieder ein bisschen zusammen. Ich hole mal auch. Zack. Da müsste man, ach, drei brauchen wir noch von den großen. Komm auch mal danach. Du kannst auch gleich mitkommen haben wir euch auch. Sehr schön. Vielleicht kriegen wir die Aufgabe auch mit dem Mobs. Jetzt fertig die Beine. Dann bin ich auch mal gespannt. So. Zack. So Leute, aber die Folge ist für den 21.12. schon. Ich muss euch sagen, ja gut, ist schon. Also die Folge ist für den 21.12. Nächste Woche ist Weihnachten. So, wollen wir mal gucken. Ah, Aufgabe fertig. Sehr schön. Nächste Woche ist Weihnachten. Nur noch. Heute ist Freitag, Samstag, Sonntag schlafen. Genau. Ja. Ja, genau. Montag. Montag ist der 24. Und da gibt es schon Weihnachtsgeschenke. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch wünscht zu Weihnachten. Das würde mich mal sehr interessieren. Oder ob ihr schon was habt. Vielleicht kriegt man manchmal auch vielleicht was im Voraus. Oder ihr wisst, was ihr kriegt. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Und das würde mich echt freuen. Also ich habe mir ja dieses Jahr, ich kriege wahrscheinlich Alice 19 geschenkt. Deswegen gibt es auch noch kein Let's Play. Weil warum soll ich es mir jetzt schon kaufen, wenn ich es eh geschenkt bekomme. Das macht keinen Sinn. So. Gehen wir mal kurz die beiden Aufgaben ab. Ziehe den Ehrenfreund. Was machen wir jetzt. Okay, jetzt müssen wir noch den Chef der Bande erledigen. Dann machen wir das auch nochmal schnell. Wo treibt er sich rum? Oh. Angreif. Ja. Tor. 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 Wall. Erkensson. Mal gucken. Da ist bestimmt in dem großen Turm drin. Oder da oben drauf. Der ist oben drauf. Na komm, er ja. Was besonderes mit dem machen, der hat, der ist Elite auch, der geht aber auch trotzdem schnell runter. Dann nehmen wir ihn mal. Der geht auch schnell runter. Aber ich habe irgendwas bekommen, um den Kleiner zu machen. Ne. Da müssen wir ihn so erledigen. Aber wir können uns ja heilen, im Gegensatz zu Ihnen. Das ist sehr schön. Das ist dann mal normal. Zwerg. Zuck. Na, unserem Paladin. Zwerg. Den kriegt man sowieso nicht so schnell nieder. Überall Zwerge. Bürgern. Paladin. Zwerg. Wir spielen die Zwerge. Umbauen noch ein Zwergenreich. Meine Güte. Ha. Wir sind richtig zwergisch. Zuck. 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 Hammer. Sehr schön. Dann können wir die Aufgabe auch nochmal abgeben. Und dann sind wir ja schon fast Level 72. Das geht ratzfatz. Na gut, bis 120 dauert es noch ein bisschen. Aber soweit ich weiß, haben sie die EP-Zahl, die man braucht, von Level 110 bis 120 schon ein bisschen gesenkt. Also wird es gar nicht so lange dauern, dass wir den auf Level 120 kriegen. Ist zwar noch ein langer Weg. Ich weiß, Leute. Aber was soll's. So. Seid gegrüßt. 81. Ja, nehmen wir den mit. Na, kommen wir mal mit. So, fliegen wir noch direkt zum nächsten. Fliegen wir mal. Mal erstmal hier. Und ich, Leute, ich bin immer noch total am Überlegen, was ich aufnehmen soll. Ich wollte gerne ein Special-Spezial für Weihnachten und Silvester machen. Aber ich bin noch überlegen, was ich mache. Vielleicht bringe ich ein, zwei Folgen mehr raus. Oder eine lange nehme ich auf. Müssen wir mal gucken. Da lasse ich mich noch überraschen. Und vor allem euch lasse ich da überraschen, weil ich weiß auch noch nicht genau, was ich machen soll. Das werden wir auf jeden Fall sehen. So. Was haben wir denn? Post haben wir noch. Der Postmeister. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge könnten wir ja auch mal wieder einen Stunz machen. Da jetzt nur noch eine Folge die Woche kommt, würde ich sagen, immer zwei Folgen können wir so ein bisschen questen. Und eine Folge machen wir in eine Stunz. Und dann hoffen wir auch immer, dass wir in eine kommen. Also wenn wir in eine kommen, die ich schon gemacht habe, also aufgenommen habe, die mache ich dann schnell offline. Aber wenn es eine ist, die ich noch nicht kenne und ihr, dann machen wir so gemeinsam. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Auf dann. So. Eine Eistrolle bin ich gefangen. Ach, das können wir doch mal schnell machen. Na, komm her, Eistrolle. Wo seid ihr? Ach, da hinten ist schon Schnee. Dann werden sie da wahrscheinlich auch sein, die Eistrolle. So. Ach, komm her, Eistrolle. Ja. Geht ihr noch's nicht? Steht denn da? Baut einen Kopf, geht hier um ein deuten Eistoll. Ich brauche ein Ziel. Hm. Ach so. Ich habe doch gerade irgendwas bekommen. Gegenstand erhalten. Ja, irgendwie betäubig ich den. Was steht denn da? Ich möchte, dass ihr mit Hilfe des Gehirn. Ach so, da sind Schamanen. Wo sind denn euer Kopfgeldjäger? Mauten wir mal kurz auf. Krieger? Krieger? Hm. Ein Kopfgeldjäger. Wo ist denn ein Kopfgeldjäger? Kopfgeldjäger? Naja. Wir werden auf jeden Fall nächste Woche, ja gut, machen wir einen Stunz. Danach werden wir auf jeden Fall den Kopfgeldjäger finden und in den Käfig stecken. Und wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet bitte nächste Woche wieder ein zu einer weiteren Let's Play Folge mit unserem Paladin in WoW. Das hat sich echt gerade doof angehört. Ihr wisst, was ich meine. Wir sehen uns nächste Woche. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und Tschüss.